Das Unternehmen Lumberg entwickelt, fertigt und vertreibt Steckverbindersysteme zur Verdrahtung von Hausgeräten und anderen Industriebereichen und fertigt dazu auch die entsprechenden Verarbeitungsanlagen. Mein Name ist Bernhard Boker und ich verantworte bei der Firma Lumberg den Bereich Vertrieb, Maschinen und Anlagen zur Verarbeitung von Steckverbindersystemen. Die Vari von 7000 ist ausgelegt auf vier verschiedene Steckverbindersysteme. Zusammen mit einer ungeheuren Vielzahl von Belegungsplänen ergibt sich daraus eine sehr große umfangreiche Produktpalette im Endprodukt-Kabelsatz. Diese Produktpalette führt zu einer sehr großen Auslastung beim Endkunden. Dazu hat sie eine sehr hohe Geschwindigkeit in der Verarbeitung und sehr kurze Rüstzeiten. Das wiederum führt zu einer sehr geringen Stückkosten und hoher Auslastung, führen zu einer sehr hohen Wirtschaftlichkeit der Maschinen. Sollten Sie Fragen zur Varegon 7000 haben, sprechen Sie uns bitte an. Unser Team von Spezialisten berät Sie jederzeit gern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.